Ich habe übelst Bock auf einen Angeltrip, allerdings habe ich noch keinen Angelschein. Also haben wir uns als Reiseziel Thüringen ausgesucht, weil es einen sogenannten Vierteljahres-Fischereischein gibt, mit dem man drei Monate angeln darf. Allerdings habe ich unzählige Male angerufen und es geht original keiner dran. Ich werde jetzt einfach mal hinfahren und darauf hoffen, dass ich einen Fischereischein bekomme. So, ich habe es noch gar nicht erwähnt, aber wir treffen uns auch mit zwei Kollegen aus Hamburg und wir machen uns jetzt auf den Weg. So, ich bin gerade angekommen. Wir haben jetzt ungefähr 23.30 Uhr. Ich warte jetzt noch auf die anderen beiden. Die sollten so in anderthalb Stunden da sein und morgen geht es weiter. So, wir sind angekommen an dem Gewässer. Die anderen beiden sind aus Hamburg auch angekommen. Und ich habe mir meinen Angelschein bei der Stadt geholt. Gab keine Probleme. Und jetzt suchen wir uns noch den richtigen Spot, um die Fische rauszuholen und dann geht es weiter. Also, wir sind jetzt am Beach angekommen. Das ist unser persönlicher Beach hier. Hier stehen die Hechte. Ich sehe das. Ja, wir gucken jetzt mal. Die Strömung ist natürlich echt doll. Das ist natürlich für Forellen eine geile Geschichte, aber das ist schon Zeit gerade. Deswegen, wir gehen ein bisschen auf Hecht. Mal gucken, was uns erwartet. Er bereitet sich hier gerade vor mit seinem Stativ. Erstmal schön Kamera aufstellen, ne? Ich stelle mich hier drüben hin. Die anderen beiden sind auf der Seite. Ich habe mir mal eine Spezi mitgenommen. Ich habe die noch gar nicht getrunken. Das ist diese andere Spezi. Das ist gar nicht die richtige, aber muss man mal probieren. Petri heil. Petri heil. Boah, schmeckt die scheiße. Was ist das? Die andere Spezi. Die Paulana ist der Mörder. Die Paulana ist die richtige. Die kann gar nichts. Aber besser als gar nichts. Ey, erster Wurf. Vor einem Jahr gekauft, die Route. Jetzt ist die so lange verstaubt gewesen. Mein erster eigener Köder. Und seit 22 habe ich auch schon diesen fucking Schein jetzt. Ja, ich habe ihn auch 22, aber ich angle auch seitdem. Gut, ich habe vorher schon geangelt im Ausland. Erstmal wieder klarkommen. Ich habe das irgendwie schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Ja, der geht jetzt der erste Cast raus. First Cast. Strömung ist auf jeden Fall heftig. Boah, die Strömung ist richtig heftig. Warte, warte. Warte, ich ziehe ein Stück zu dir. Ich wusste schon, dass wir Gummischiefel brauchen. Fühlt sich nur an, als ob die nicht dicht wären. Es ist passiert. Digga, der hat bestimmt 20 Minuten gebraucht, um die Schuhe auszuziehen. Ich habe dich, mein Kind. Geil, Alter. Ich kann Gummistiefel ausziehen. Hast du was dazu zu sagen? Ja. Gummistiefel sind toll, aber ich brauche ein How-To, wenn die Scheiße auszieht. Oder an. Hi, Digga. Aber die haben Köder gerettet. Einfach unfähig, Digga. Ich möchte kurz erwähnen, dieses Outfit ist doch ein Angler-Fit. Na klar, Digga. Ich bin extra zum Angeln gekauft, weil sie gemütlich sind. Und wir haben unser ganzes Zeug, was wir nicht gekauft haben, in BMW gelegt. Ich habe weder Angelhose mitgenommen. Ich kriege halt alles in meiner Autor. Ich habe es vergessen. Umjammern bringen ja auch nicht. Auf, aus. Hast du dein GoPro an? Ja. Na gut. Ich filme hier auch mal mit, wie du da rüber gehst. Warte, ich muss mal kurz hier mich vorbereiten. Boah, Digga, sieht das krass aus. Lass hier unten lang gehen. Das ist auch voll das krasse Gewässer da drüben. Das ist cool. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Ich muss natürlich mit meiner langen Route hier gucken. Sonst gibt es die Route hier rüber. Dann gehe ich nochmal ein Stück. Wir müssten jetzt gucken, dass hier vorne ist. Hier ist ein bisschen lichter. Aber wenn wir hier rechts rumkommen, ist das natürlich kacke. Ich kann meine Route auch nicht teilen. Also ich muss im Ganzen mit der da rüber. Aber hier kommen wir irgendwie durch. Ach du Scheiße, aber hier kommen wir nicht weiter, glaube ich. Sackgasse. Aber die Strömung ist ganz angenehm hier. Soll ich einmal probieren, ganz kurz? Mit dem Köder wissen wir es ja. Puh. Eigentlich ganz cool. Wir gehen weiter. Scheiße. Ist es abgerissen oder was? Verrücke. Hat Rückspanner gemacht. Scheiße. Kannst du hier vorne mal auf Spannung ziehen einmal. Scheiße, einfach abgerissen. Nachdem wir heute leider nichts gefangen haben, haben wir uns die Hot Dogs zum Abendessen gemacht. Und wir probieren es morgen nochmal. Hoi, Meise. Servus. Servus, grüzi, was geht? Ja, gerade mal zusammenpacken hier, ne? Ich hoffe, ich bin irgendwie so erschrocken. Zuerst einmal zusammenpacken, dann geht es ans nächste Angelgewässer. Hier haben wir nicht so die Fangerfolge gehabt, weil es hier ein bisschen starke Strömung ist. Und deswegen fahren wir nochmal ungefähr eine halbe Stunde weiter an den Teich, wo wir dann ein bisschen seichtere Gewässer haben und dann hoffentlich was fangen. Genauso wird es gemacht und dann wird es automatisch krass. So, wir sind am zweiten Gewässer angekommen. Hoffentlich finden wir jetzt hier die Fische. So, ich bin auch bereit. Jetzt geht es los. Die Hechte kommen. Da sitzt er. Pass auf. Hast du es gesehen? Direkt hier vorne an der Ecke. War es ein Biss oder war es kein Biss? Ich hätte gewusst. Das war auf jeden Fall ein Biss. Aber es ist nicht hinterher geschwommen. Das zweite Eben war definitiv ein Biss. Das war Kraut, glaube ich. Also nicht Kraut, das Schilfzeug. Ich bin ein Biss. Ich bin ein Biss. Und ich hab ne Schraubelanke, ist nicht geklaut von Tarek, K.I.Z. Oh! Was war das? War ein Biss. Fisch! Fisch! Abriss! Du hast es gesehen. Safe! Gleich wieder raus, da war ein Fisch. Nein, warte, warte, warte. Ich dachte erst, es ist Kraut, aber das war Fisch. Das war Fisch. Der hat schön am Köder gezuppelt. Nein, der steht da, gleich wieder raus. Da! Hast du gesehen? Der ist sehr weit vorne, ne? Ja, der steht direkt hier vorne. Ja, hier vorne! Oh, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen, er ist hinterher geschwommen. Das war aber ein kleiner Hecht, ich schätze so 40er oder so. Aber übelst vorsichtig. Ich hoffe, man sieht es auf der GoPro. Fisch! 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 Kescher! Geil! Geil, Digga! Der ist schon direkt hier vorne. Geil! Okay. Ich mach mal kurz die Cam. So, da ist er. Erster Fisch. Der erste Fisch. Petri, Digga. Petri. Schönes Ding. Wieder rein? Ich weiß nicht. Messen ist zu klein auf jeden Fall. Wir brauchen hier 50. 50? Ja, 50 ist Minimum. Da geht er. Tschaui. Der ist jetzt drei, viermal hinterher geschwommen. Hab ich aber tatsächlich bei einem Hecht noch nie gehabt, dass der wirklich so oft hinterher schwimmt. Die scheinen hier wirklich nicht viel zu fressen zu haben. Aber immer die ganze Zeit ganz vorsichtig nur angeknabbert. Okay. Dann kanns weitergehen. Entschneidert! Mais. Mist. Ja, das ist komplett einverleibt, das Ding. Also was wir daraus auf jeden Fall nehmen können. Erstmal hat er ein Springbait drauf. Also kann gut sein, dass er das über Seitenlinien im Organ gemerkt hat. Da ist ein Knoten in der Schnur drinnen. Fisch? Oder Kraut? Ne, mach, ich fesche, geh mal hin. Klopp, Fisch. Ich schmeiß mir meinen Köder zur Seite. Ja. Yo. Nice, Digga. Nice. Haken gelöst? Du bist sogar draußen. Ja. Petri, Digga. Danke. Kannst du mal eine Kamera holen? Dass wir hier ein bisschen was zu sehen haben. Digga, 62. Ja, 62. Dann verarzen wir den. Und dann können wir weiter gucken. Ich hoffe, man sieht auf der GoPro, wie der dreimal hinterher geschwommen ist. Jedes Mal bis vorne hin. Hast du den gesehen? Lockerflockig aus dem Handgelenk. Die Akkus von beiden Kameras sind noch leer geworden. Deswegen sind wir jetzt einmal bei mir zu Hause im Garten. Hinter der Kamera steht mein Bruder. Die anderen beiden sind nämlich nach Hause gefahren. Nach Hamburg. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit, wie ich den Fisch filetiere und zubereite. Übrigens, eigentlich macht man das mit einem richtigen Filetiermesser. Aber habe ich natürlich nicht hier. Deswegen mache ich das hier einmal mit einem Küchenmesser. Und zwar fängt man einmal hier vorne an, wo die Brustflossen sind. Hier hinter dem Kopf setzt man dann einmal durch die Haut einen geraden Schnitt. Bis auf die Wirbelsäule. Merkt man dann auch hier, dass man einen Widerstand hat. Dann dreht man das Messer so nach hinten und schneidet nach hinten auf der Wirbelsäule entlang. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich einen Hecht filetiere. Also ich bin jetzt auch kein Profi auf dem Gebiet. Und das schneidet man hier hinten bis zu der Rückenflosse. Dann einmal hier gerade runter. Damit haben wir jetzt hier auf jeden Fall ein Stück komplett gretenfrei. Nächster Schnitt geht hier hinten einmal gerade runter. Und dann gehen wir von hier auch mit dem Messer einmal rüber und schneiden bis hier hinten hin. Dann versuchen wir natürlich unten am Bauchende so wenig wie möglich zu verlieren. Also so wenig Verschnitt wie möglich. Dann hier hinten, wenn man hier angekommen ist, kurz bevor man zu Ende ist, einmal absetzen. Das Filet einmal nach hinten drehen. Dann können wir hier einmal mit dem Messer ansetzen und Richtung Haut schneiden. So. Und jetzt haben wir hier einmal schön die Haut noch abgenommen. Auch hier gretenfreies Stück. Und jetzt geht man einmal hier außen an der Gretenlinie entlang. Am schwersten ist es, die erstmal zu finden und dann auch erstmal anzuschneiden. Aber man hört das eigentlich ganz gut, wenn man auf den Greten ist oder durch die Greten durchgeht. Den Teil hier kann man jetzt eigentlich auch noch verwerten, indem man einmal das Fleisch runterschneidet von der Wirbelsäule, das zum Beispiel in den Mixer wirft und dann Pettis draus macht. Wir werden aber wahrscheinlich diesen Teil von dem Fisch verwerten, indem wir daraus eine Fischsuppe kochen. Und dann geht man einmal hier hin und jetzt einmal ein Messer vor und zurück bewegen und einfach hinten dran ziehen. Und dann geht das hier ab und auch hier einfach vor und zurück ziehen und an der Haut ziehen. Zack. Enthäutet und gretenfrei. So. Jetzt haben wir das hier erfolgreich filetiert. Ohne Greten, ohne Haut. Jetzt schneide ich das noch in gleichmäßige Stücke, damit wir das besser aufteilen können. Und zwar habe ich da immer das Rezept von einem anderen YouTube-Kanal genannt. Shoutout an Brosef. Und zwar kommen die Filetstücke einmal in das Ei und danach in den Emmentaler und dann in die Pfanne. So, ich nehme mal das erste Stück vom Hecht. Das ist richtig gut geworden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo da, damit ihr in der Zukunft nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.